Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von NICHT, da war es halt letzter Schluss. Ja, heute mal wieder so ein bisschen Retro-mäßig. Dieses Mal machen wir eine Reise in die Vergangenheit. Dieses Mal nicht 30 Jahre wie bei der ersten Retro-Ausgabe, wo es um Geoworks ging, sondern bloß um 20 Jahre zu Debian 3.0. Das kam nämlich 2002 raus. Ja, aber warum mache ich jetzt überhaupt so ein Video? Naja, einerseits darum, weil wir in der Museumsnacht, die ungefähr vor einem Monat stattfand, das Ganze mal vorgestellt haben. Wir haben da jetzt zum dritten Mal in Folge sogar schon einen Stand im Computermuseum gehabt. Und in so einer Umgebung, Computermuseum, muss man was Altes vorstellen. Also habe ich mir dann angeguckt, was ich nach so einer alten Hardware habe. Da habe ich so einen Pentium 2 irgendwas und darauf eine alte Distribution installiert. Und die Wahl fiel letztendlich auf Debian 3.0. Das läuft auf dem System sehr gut. Und dieses Jahr, wo wir jetzt auch mal wieder Museumsnacht machen durften, zwei Jahre war jetzt Pause, war das Ganze auch extrem beliebt. Und also nicht nur ich habe mich gefreut, wie in dem Bild da, sondern auch wirklich sehr viele Kinder, die an einem alten System auf einem Röhrenmonitor dann Castroids, also ein Astroids-Klon unter KDE 222, sich versucht haben und sich eigentlich extrem gut da sogar beiangestellt haben. Wobei einige von denen ja auch aufgewachsen sind mit Tablets, also so Tastaturen. Das ist eher so ein Fremdkörper für die. Und die andere Fraktion, das war so die Generation, die mit Ataris aufgewachsen sind. Das sind ja eigentlich die Gamer so ziemlich der ersten Stunde, was so den Heimbereich angeht. Und da würde ich sagen, war auch gar nicht so ein großer Unterschied im Können. Also das war schon irgendwie interessant, das mal so zu sehen. Einerseits die, die das erste Mal in Berührung damit kommen und so ein altes Spiel spielen. Und die anderen, die damit aufgewachsen sind und dann so ihre Kindheitserinnerung da wieder hervorkraben. Und ja, das war sehr interessant. Also das ist dieser Monitor, dieser Röhrenmonitor, wo das so blau ist. Das ist das Debian 3.0. Und dann hatten wir jetzt vor zwei Wochen in der Jean und Hauke Show verschiedene Distributionen. Also ich habe Debian 3.0 vorgestellt, habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Das hat nicht so ganz auf Anhieb geklappt. Also habe ich jetzt noch mal ein bisschen nachgearbeitet, damit das Ganze in der virtuellen Maschine auch wirklich rund läuft. Und Jean hat sich ein Ubuntu 8 angeguckt. Und dann haben wir mal geschaut, was da so möglich ist. Und dass es früher doch gar nicht so schlecht war. Natürlich, es war anders, deutlich primitiver. Aber man konnte schon eine Menge damit machen. Und das Debian 3.0, da gucke ich jetzt noch mal ein bisschen mehr rein. Ich habe zu der Zeit Debian 3.0 nicht verwendet. Ich habe damals Caldera gehabt. Also von der Firma, die nachher SCO und sehr böse wurde. Damals waren sie nicht böse. Und ich fand, es war eigentlich eine sehr runde Distribution. Genau, aber ich gucke mir jetzt das Debian mit dem KDE 2.2.2 gleich mal an, wie das so ist. Also für mich ist es einerseits eine, ja, ein Trip in die Vergangenheit. Mal gucken, ob ich mich an vieles noch erinnere. Und gleichzeitig auch eine Neuentdeckung, weil ich mit dem Debian damals überhaupt nicht gearbeitet habe. Mal gucken, was mich erwartet. Ich habe jetzt keinen Plan. Ich klicke mich da mal ein bisschen durch, probiere mal dieses und jenes und schaue mal, was passiert. Dann noch ein bisschen Informationen dazu. Ich habe den alten Zettel von Debian, der damals am Debian-Stand bei verschiedenen Messen wohl exakt so verteilt wurde. Ich denke mal auf dem Linux-Tag, egal wo er damals gewesen ist. Also ich schätze mal, es war Karlsruhe, aber ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Also wo dieser Zettel, der links abgebildet ist, so an die Zuschauer und das Standpublikum einfach so verteilt wurde. Das Debian 3.0 erschien am 19.07.2002 und hatte den Kernel 2.2.20 mit dabei. KDE 2.2.2, wie ich schon erwähnt hatte, ist auch mit dabei gewesen. Und insgesamt sind es 8.500 Binärpakete gewesen. Man konnte einen CD-Satz herunterladen. Das waren, ja, sieben CDs. Es gibt allerdings auch eine DVD. Ich weiß nicht, ob es die damals schon so gegeben hat. Denn DVD-Brenner damals dürfte entweder überhaupt nicht bekannt gewesen sein oder halt sehr, sehr teuer gewesen sein. Dann einmal kurz Zauberei. Jetzt kann man auch den Link mit den alten ISOs lesen. Da könnt ihr einfach mal so ein bisschen gucken, was es da so gibt. Das fängt mit dem Debian 3.0 an. Da könnt ihr die ISOs herunterladen. Und dann gibt es bei Debian noch ein weiteres Archiv mit noch älteren Debian-Versionen. Die könnt ihr auch noch herunterladen. Also könnt ihr alles ausprobieren. Wie gut das alles in der Virtualisierung funktioniert, keine Ahnung. Also für mich sind so die Jahre vor 2000 eher so ein bisschen die schwierigen Jahre, das Ganze zum Laufen zu kriegen in der Virtualisierung. Wenn es nicht klappt, braucht ihr vielleicht wirklich die alte Hardware dafür. Also eine funktionsfähige Grafikkarte, die damit schon unterstützt wurde. Und ja, CPU und das Ganze. Ansonsten wird es irgendwie schwierig. Aber alles, was so ab 2000 kommt, das müsste mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch laufen. Dann habe ich noch den Debian Flyer. Also das, was ihr links seht, einfach mal mit dazu geschmissen. Könnt ihr runterladen und euch nochmal in Ruhe durchlesen, was es damals so alles gab, wie es angepriesen wurde. Damit das Ganze in VirtualBox funktioniert, dass ihr wirklich eine so alte Distribution installieren und auch nachher nutzen könnt, müsst ihr ein paar Sachen einstellen. Unter anderem als Betriebssystem Debian 32 Bit. Das ist so eine Voreinstellung. Da werden sehr viele Parameter mit festgelegt. Das solltet ihr nehmen, also nicht die 64 Bit Variante von Debian auswählen, sondern die 32 Bit Variante. Die Grafikkarte, dann nehmt ihr die. Ich meine, das ist sogar die Voreinstellung. Umkonfigurieren müsst ihr beim Massenspeicher. Darunter fällt das CD-ROM-Laufwerk und auch die virtuelle Festplatte. Die virtuelle Festplatte müsst ihr auf IDE umstellen. Nein, ansonsten kann das Debian 3 nichts mit dem SATA oder SCSI-Controller anfangen, der da drin verbaut wird und emuliert wird. Also auf IDE umstellen. Ähnlich ist es mit der Netzwerkkarte. Da nehmen wir auch eine betagte Netzwerkkarte, die damals schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Die 1997 rausgekommen ist, das erste Mal und die Distribution ist halt fünf Jahre neuer. Diese PC-Net PCI 2, die funktioniert damit ganz gut. Beim Audio auch was ähnliches, Soundblaster 16. Ich habe jetzt keinen Ton da jetzt so rausgekriegt. Ist jetzt auch nicht mein Fokus dabei, einen Ton rauszuholen. Aber diese Karte, die war damals schon bekannt und die ist im Juni 1992 rausgekommen. Also die ist schon zehn Jahre alt gewesen, als das Debian 3 rausgekommen ist. Dann hat man das Betriebssystem mit vielen Anwendungen installiert. KDE muss man noch ein paar Anwendungen nachinstallieren, je nachdem wie man es gerne hat. Ich habe das Ganze über dieses DVD-ISO gemacht. Der ist quasi alles drauf, was man braucht. Und dann hat man diesen KDM-Anmeldemanager, den es in ähnlicher Form heutzutage auch noch gibt. Natürlich alles viel, viel moderner, anderes Design und so. Aber die Funktion ist dieselbe. Man meldet sich mit Benutzernamen und Passwort an. Sieht erstmal gut aus, aber man kriegt hinterher keinen KDE-Desktop. Damit man auch wirklich mit dem Desktop arbeiten kann und nicht bloß den Login-Manager sieht, muss man noch eine Konfigurationsdatei bearbeiten. Das ist diese xf86-config-4. Damals hieß dieser Grafik-Server, also dieses grafische Subsystem, noch xfree86, also xf86 und noch nicht xorg. Aber prinzipiell ist es dasselbe in der älteren Form. Also es verwendet auch das x11-Protokoll. Und dieses minus 4, das bedeutet, dass es eben xfree86 in der Version 4 ist. Also diese Datei müssen wir einmal editieren. Damit das funktioniert mit dem grafischen System mit unserer Desktop-Umgebung, müssen wir die Zeilen auskommentieren, wo dpms vorkommt, wo pecs vorkommt und den ganzen Block, der Generic Mouse heißt. Einfach auskommentieren, Routen davor schreiben und danach den Rechner einfach neu starten, also die virtuelle Maschine einmal neu starten. Oder ihr könnt auch den kdm einmal neu starten, damit das xfree86 einmal neu durchgestartet wird und diese Konfigurationsdatei nochmal neu eingelesen wird mit den neuen Parametern. Und dann wird da rumkonfiguriert und gemacht und getan. Und dann könnt ihr euch anmelden und dann habt ihr euer kde222. So, und das gucken wir uns einmal an, wie das aussieht. Und ich habe jetzt schon mal die VirtualBox in Pause-Modus versetzt. Jetzt starte ich das schon mal, denn ich möchte euch einmal zeigen, wie das aussah, wie es damals gebootet ist. Was jetzt so ein bisschen ausgegraut ist, ist hier der Lilo 22.2. Damals gab es kein Grub oder was anderes. Damals dieses Lilo, dieses System, was den Kernel startet, das war der Linux Loader. War, ja, also es hat funktioniert, war manchmal so ein bisschen biestig, denn nach jedem Kernel-Update musste man den wieder neu in den Master Boot-Record schreiben. Wenn man das jetzt vergessen hatte oder das Skript von der Distribution da irgendwie geschlampt hatte, dann stand man irgendwie blöd da ohne funktionsfähiges System. Es fuhr nicht mehr hoch. Dann musste man entweder eine Diskette rausfummeln, mit der man es booten konnte, um das zu reparieren, oder eine CD, je nachdem, was man gerade hatte. So, jetzt starte ich das wirklich mal an. Und da oben, dieser Tuxer, da hat irgendwie so ein Bierseidel oder so ein Bierkrug in der Hand. Keine Ahnung, warum die damals einen Bierkrug drin hatten, aber ja, das war irgendwie so. Nachdem ich das jetzt noch ein bisschen zurechtgezubbelt habe, ist das jetzt der KDM, also dieser Anmeldemanager, wo ich meinen Benutzer auswähle. Mein normaler Benutzer heißt Test. Ich könnte mich auch allzu gut anmelden. Das soll man aber nicht tun. Das sollte man damals nicht. Soll man heute auch nicht. Neben dem KDE 2, was ich vorher schon mal verwendet habe und was deswegen schon mal vorgewählt ist, gibt es auch andere minimalistischere Desktop-Umgebungen, so wie TWM und Sawfish, für Systeme, die damals schon alt waren. Also, so wie es heute auch schlankere Desktop-Umgebungen gibt, gab es das damals auch schon. Aber es soll um das KDE 222 gehen, also lasse ich das dabei. Ich gebe hier mein Passwort ein und dann jammert einmal rum, weil irgendwas stimmt mit der Soundkarte nicht. Ist mir eigentlich auch erstmal egal für dieses Mal. Wenn ich zum ersten Mal KDE gestartet habe, dann habe ich hier so ein Wizard. Den gab es davor, glaube ich, auch schon mit einem Zauberer. Und jetzt haben sie den Zauberer wieder rausgenommen, wo ich erstmal vorgebe, wo ich mich befinde. Also Spracheinstellungen mache. Und je nachdem, ob ich schon dieses Sprachpaket dazu installiert habe oder auch nicht. Also standardmäßig wird das deutsche Sprachpaket nicht installiert. Darum habe ich das nochmal nachinstalliert. Wird dann hier auch gleich die Sprache ausgewählt, die dazu passt. Und wenn ich keine Sprache habe, die dazu passt, ist das Ganze auf Englisch, aber Paket nachinstalliert. Also habe ich es gleich auch auf Deutsch. Dann kann ich mir überlegen, wie das ganze System sich verhalten soll. Ob ich eine Oberfläche habe, die sich an einem Unix orientiert. Ich weiß nicht, was sie da im Sinn hatten. Ob sie irgendwas von Solaris da im Sinn hatten. Oder ob das Ganze eher so ein bisschen sich verhalten soll wie so ein Windows. Oder ein Mac OS, was damals gerade gebräuchlich war. Aber ich will das eigentlich bei dem KDE lassen, dass es wirklich so ist, wie die Entwickler sich das damals vorgestellt haben. Und dann kann ich hier noch einstellen, wie viele Effekte ich haben möchte. Also ich kann jetzt verschiedene Effekte mir aussuchen, die ich haben möchte. Oder wenn ich jetzt einen super schnellen Prozessor habe, dann ist alles mit dabei, was ich vielleicht überhaupt nicht haben möchte. Also sowas wie Pling Pling und sanftes irgendwas hier und Vorschau von Textdateien und Effekte beim Bewegen und Größen ändern von Fenstern und so weiter. Also ich habe es damals nicht gemocht. Also ich habe es immer relativ weit runter gedreht, weil diese ganzen Effekte, die haben mich damals gestört. Es lag nicht in der CPU, sie wäre schnell genug gewesen. Aber es hat mich einfach gestört. Aber ich glaube, heute gebe ich mir mal hier alles, was so bei einem schnellen Prozessor damals drin gewesen wäre. Damit ihr auch mal so einen Einblick kriegt da drin, was man damals für Effekte genommen hat, die irgendwie total blöd sind. Jetzt können wir noch grundlegend aussuchen, wie das Ganze aussehen soll. Also KDE ist der Standard. Also so ein Standard KDE Design haben sie da vorgewählt. Ich kann aber auch andere verwenden, die sich an anderen Oberflächen anlehnen. Also Redmond, das ist eben Microsoft, das Windows, was damals gebräuchlich war. 2000. Ja, was war denn das? 2002. Ach, gute Frage. Was war denn damals aktuell? Windows 2000. Keine Ahnung, wie es ausgesehen hat. Irgendwas in Grau, denke ich mal. Dann gibt es hier Sunshine. Ich glaube, damit meinen sie den Solaris Desktop, den es damals gegeben hat. War das CDE? Also, ach sein, dass ich das in der Uni mal gesehen habe. Ich glaube, es heißt CDE. Common Desktop Environment. Also a very common desktop. Also so eine Umschreibung dafür. Aber ich möchte es so haben, wie es damals eigentlich gedacht war, wie die KDE Entwickler das designt haben. Mal schauen, wie das so ist. So, und jetzt könnte ich hier im KDE Control Center noch ein bisschen was umstellen. Das lasse ich erst mal. Ich hoffe, dass sich das Ganze jetzt auf Deutsch umstellt. Genau, hat auch schon funktioniert. Und ich habe hier Kandalfs nützliche Tipps. Also, Kandalf war dieser Zauberer. Wenn ich da mal jetzt mal durchgehe. Mal gucken, ob ich den irgendwo noch wiederfinde. Ob es da irgendwo noch mal eine Grafik von ihm gibt. Ne, gibt es leider nicht. Also war irgendwie ein ganz trolliger Zauberer in so einem Zauberergewand. So ein Mantel mit so Sternen drauf und so einem Hut und so. Das war irgendwie Kandalf. Den haben sie hier leider so nicht mehr drin. Beim nächsten Start ausführen will ich eigentlich auch nicht. Obwohl, ach, ich lasse das einfach mal so. Dann haben wir noch das Soundproblem. Irgendwie Zugriff auf die Soundkarte. Das funktioniert im Moment nicht. Kann ich gleich mal gucken, ob ich dazu noch was finde. Ach, das mache ich einfach mal so. Das gehört der Gruppe Audio, das Gerät und dem Benutzer Hut. Gut, und wenn ich jetzt gucke, zu welchen Gruppen ich gehöre. Ich gehöre bloß zur Gruppe Test. Das ist dafür ein bisschen wenig. Also hole ich mir einmal Hutrechte. Und füge meinen Benutzer Test in der Gruppe Audio hinzu. Und dann müsste ich auf das Audio Gerät auch lesen. Also R und W schreiben können. Also ich könnte eventuell ein Mikrofon anschließen. Und dann könnte ich da rauslesen, beziehungsweise eine Audioanwendung könnte den Ton rauslesen. Und W darauf schreiben, dann höre ich Töne. Damit das Ganze funktioniert, muss ich mich einmal abmelden. Das mache ich jetzt auch mal. Und mal gucken, ob ich vielleicht gleich wirklich Ton habe. Ich weiß gar nicht so das, was ich vorhat. Aber von daher, das ist so eine Reise in die Vergangenheit. Funktioniert leider nicht. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn es das schon gewesen wäre. Ich gucke nochmal, ob ich auch wirklich in der Gruppe drin bin. Aber ich bin drin und das scheint so nicht zu funktionieren. Schade. Oder vielmehr, vielleicht habt ihr auch eher Glück gehabt, dass ihr den Ton nicht hören müsst. Es hat, glaube ich, ziemlich viel Pling Pling damals gemacht. Ja, das war irgendwie damals so angesagt. So Start-Sounds, das musst du so richtig wummern. Das hat Microsoft vorgemacht mit den Windows-Versionen damals, dass es irgendwie einfach Lärm macht. Das war damals schon lästig, besonders auf irgendwelchen LAN-Partys, wo es einfach jedes Mal, ja, einfach nur lästig war. So, so viel dazu. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir da alles Schönes haben. Ich weiß es nicht wirklich, was mit dabei ist. Also zum einen sieht man so ein bisschen diese, ja, einblendenden Fenster-Menü-Teile hier, die beim ersten Mal ja diesen Einblendeffekt haben. Was haben wir denn da? Mal gucken, was haben wir hier so bei Anwendung? Und es wurde unterschieden, ob es eine KDE-Anwendung ist, dann war das hier direkt aufgelistet, oder ob es einfach irgendwas Grafisches von Debian ist. Da gab es dann eine Unterkategorie Debian, also das ist hier so, das ist, ja, bei den anderen eben auch. Oder, ach ne, Abbey Word ist auch mit dabei. Das ist eine relativ einfache Textverarbeitung von damals. Also die haben sie dort auch einsortiert. Also von daher nicht nur KDE, sondern wahrscheinlich alles, was irgendwie grafisch ist. Manchmal gibt es das auch doppelt. Haben die irgendwie so gemacht. Warum auch immer. Gut, dann gucken wir uns doch mal den Organizer an, was man damals so machen konnte. Das ist eine, ja, Termin- und Zeitplanung, womit man denn machen konnte, ja, von da bis da, mit einem Doppelklick, genau, konnte ich mir einen Termin eintragen. In ähnlicher Form gibt es das halt heute auch noch unter dem KDE, also unter dem Trinity, was ich benutze, was von KDE 3.5 abgeleitet ist. Da gibt es das in sehr ähnlicher Form genauso. Also wiederkehrende Termine, wenn ich jetzt jede Woche zum Golfen gehe oder so, kann ich mir denn da so eine Erinnerung machen. Mache ich einfach mal Golfen. Was man so macht, nee, das ist mir zu früh. Das Mausrad geht übrigens nicht. Jedenfalls nicht in der Konfiguration, die ich jetzt hier habe. Dann geht man zum Golfen. 14 Uhr vielleicht. 14 bis 16 Uhr. Realistisch, oder? Wiederkehrender Termin. Natürlich. Und dann müsste ich eigentlich auch irgendwo noch auswählen können, wo ich mich mit dem Wiederkehren beschäftige. Achso, Eintrag wiederholen, wöchentlich, genau, jeden Mittwoch, genau, ja, jeden Mittwoch Golfen. Genau, und ich kann mich auch noch erinnern lassen, entweder ein paar Stunden vorher, ein paar Tage vorher, zwei Tage vorher, das ist immer ganz gut, denke ich mal. Und ich kann auch verschiedene Leute noch hinzufügen, die ja da mit zum Golfen mit dazukommen sollen. Und denen kann ich auch wahrscheinlich hier sagen, Erinnerung schicken oder sowas. Also das gab es vor 20 Jahren auch schon. Dann habe ich hier so einen Überblick über meine Woche mit, ja, meinen wichtigen Terminen von, ja, Montag bis Freitag oder die ganze Woche von Montag bis Sonntag. Der Überblick über, ja, den ganzen Monat, ne, Golfen, wichtiger Termin, immer wieder mit dabei. Und auch solche Sachen wie hier, ja, Feiertage und spezielle Sachen, die sind auch schon mit drin. Und wie man hier unten sieht, das ist 2022. Also vor 20 Jahren haben sie es so gemacht, dass sie sich heute immer noch nutzen lässt. Also ich glaube, das ist auch keine Selbstverständlichkeit und, ja, es funktioniert halt immer noch. Und das ist das KDE 222. Und hier links im Bild, das ist Konki. Also Kandalf, der Zauberer, der beim Einrichten geholfen hat, und Konki, das KDE-Maskottchen. Ich glaube, das gibt es immer noch so. Und es gibt, glaube ich, sogar Plüschfiguren davon. Mal schauen, was haben wir noch. Dann haben wir hier verschiedene Editoren, zum Beispiel KATE. Das gibt es heute immer noch. Sieht natürlich alles irgendwie anders aus heutzutage. Aber so eine Ansicht, wo man verschiedene Dokumente öffnet und den Verzeichnisbaum links, so dass man Dinge einfach öffnen kann. Wenn ich jetzt sowas mal öffne, ist das hier da und dann kann ich das editieren. Sollte ich natürlich nicht machen. Aber das kann ich machen und ich kann auch neue Dokumente anlegen und natürlich auch speichern. Dieses Disketten-Symbol, ich weiß nicht, ob damit jüngere Menschen heutzutage noch direkt was verbinden. Also so eine Diskette war damals auch noch ein übliches Speichermedium. Zwar auch schon veraltet, aber das war schon im Allgemeinbewusstsein oder jedenfalls im IT-Bereich durchaus irgendwie verständlich, was dieses Symbol hier bedeutet. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Oder ob man es bloß noch so als Icon sieht. Aha, dieses komische Ding da, dieses quadratische Teil mit diesen Dingern drauf. Da muss man draufklicken, um was zu speichern. Wäre nochmal eine interessante Frage. Ja, dann kann man es halt speichern. Und dann war es halt gespeichert. Ein paar Einstellungen kann man auch noch machen. Hier gibt es deutlich weniger Einstellungen als zum Beispiel bei meinem TDE oder KDE 5 irgendwas. Da wird es viel mehr Einstellungsmöglichkeiten geben. Also sowas wie Encoding, das habe ich hier nicht drin. Genauso wie Syntaxer-Vorhebung, das gibt es so erstmal auch nicht. Mal gucken, ob es das hier irgendwo gibt oder ob es damals einfach unbekannt war. Na, ich will ein bisschen größer ziehen. So. Hervorhebungen Modi. Achso, okay. Also gibt es schon, wenn ich jetzt hier C++ oder C habe, HTML. Ah, okay. Auf Dateien. Probieren wir mal aus, wie das aussieht. Wenn ich jetzt eine neue Datei mache. Und, ähm, ja, HTML, irgendwie so. Das ist eigentlich ein bisschen klein. Mal gucken. Wäre ich insgesamt einmal größer, wenn ich es hinkriege. Da. Nein, scrollen geht immer noch nicht. Mal gucken, ob ich mir das merken kann bis zum Ende der Folge. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt hier sowas mache. Und das Ganze speichere. Dann habe ich hier auch Hervorhebung. Und es formatiert den Text auch. Also wenn ich jetzt hier einmal so eine Einrückung gemacht habe. Enter drücke. Dann kommt das nächste, denn eingerückt auch gleich mit dazu. Also natürlich nur, wenn ich was hinschreibe. Ja. Also. Prinzipiell kann man damit durchaus was anfangen. Also das damals schon. 20 Jahre in der Vergangenheit. Dann mal gucken. Dieses Abbey Word. Das habe ich nicht wirklich verwendet. Und. Ja. Also es möchte irgendwie Fonts hinzufügen. Warum ist das jetzt versucht? Also entweder die sind systemweit installiert und lassen sich verwenden oder auch nicht. Also von daher. Ja. Keine Ahnung. Also das war eine relativ einfache Textverarbeitung. Auch damals schon. Wo man ja so grundsätzliche Sachen mit machen konnte. Also man konnte damit einen Brief schreiben. Man. Ja. Ja. Zweispaltig. Ich kann sogar zweispaltig machen. Ja. Was kann ich da? Kann ich sogar irgendwelche. Insert file picture. Also ich kann sogar irgendwelche. Ja. Grafiken mit einbetten. Ich habe hier. Achso. Äh. Kann die Rechtschreibung überprüfen. Und alles mögliche. Ich kann vielleicht sogar. Gibt es Tabellen? Also wie gesagt. Ich habe damit nicht gearbeitet. Nicht gearbeitet. Field. Achso. Bloß Felder. Military Time. Hm. Machen wir mal so einen hier. Und steht da halt drin. Welchen Wochentag wir haben. Zwar auf Englisch. Aber ja. Ja. Ich könnte noch irgendwie Farben einstellen. Ja. Und. Keine Ahnung. Fettdruck. Kursiv. Unterstrichen. Andere. Ja. Fonts auswählen. Die sind jetzt schon standardmäßig mit dabei. Wahrscheinlich konnte man auch noch weitere nach installieren. Entweder direkt aus den Debian Paketen. Oder hier diese TrueType Fonts einfach mit dazu schmeißen. Also das konnte man damals auch alles schon. Als Gegenstück zu dem Abbey Word. Was aus dem GTK Universum. Also darauf basiert zum einen GIMP. Da kommt auch der Name hin. Das GIMP Toolkit oder Graphic Toolkit. Keine Ahnung. Das auch für den Gnome Desktop verwendet wurde. Und auch noch wird in einer moderneren Fassung. Gibt es das Gegenstück von KDE. K Word. War auch so eine Textverarbeitung. Womit man ja auch verschiedene Sachen schon machen konnte. Also Texte schreiben. Größer auswählen. Fettdruck. Kursiv. Unterstrichen. Sogar durchgestrichen. Hochgestellt. Tiefgestellt. Ja und das in beliebigen Kombinationen. Schriftfarbe auswählen. Oder? Moment. Was macht das? Genau. Jetzt andere Schriftfarbe. Dann kann ich hier auch Bilder einfügen. Textrahmen. Textrahmen. Textrahmen verbinden. Ich mache das einfach mal ohne zu wissen, was ich da eigentlich genau tue. Dann kann ich hier so in dem Dokument noch Textrahmen machen. Achso. Hier kann ich Tabellen. Hier kann ich Tabellen. Tabelle. Tabellen. Fügen. Achso. Tabelle einfügen. Kann ich jetzt sagen, hier eine Tabelle mit drei Zeilen und zwei Spalten. Tabellen. Achso. Das Ganze ist dann unter meinem. Ja. Hier Objekt. Meinem Textrahmen drunter. Keine Ahnung, wie man das jetzt wieder wegkriegt. Ich weiß es nicht. Ich habe damit nie gearbeitet. Aber so kann ich auch Tabellen mit einbinden. Einbetten. Und irgendwie, irgendwie will es nicht mehr. Ja, irgendwie will es nicht mehr. Also das ist jetzt, denke ich mal, abgestürzt. Also es rendert da nicht mehr richtig durch. Mal gucken, ob ich es noch geschlossen kriege. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war dieses Car Office, also mit dem Car Word, damals schon eher so ein Absturz-Kandidat. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal richtig stabilisiert haben. Aber irgendwann wurde es, glaube ich, auch eingestellt. Ich denke mal, das war mit einer der Gründe, dass sie, ja, also die Ansätze waren eigentlich ganz gut. Aber es gab dann ja erst das Star Office, was irgendwann freigegeben wurde. Dann gab es darauf aufbauen nachher das Open Office. Und daraus ist dann später das LibreOffice entstanden. Und, ja, irgendwie so die Relevanz, denke ich mal, war da auch nicht mehr so hoch. Also von daher, denke ich, hat man es irgendwann eingestellt. Also ich kriege es leider nicht geschlossen. Mal gucken, ob ich den hier zu fassen kriege. Car Word. Also schade, ich kriege es jetzt nicht geschlossen. Wäre ja praktisch gewesen. Dann gammelt das da einfach ein bisschen rum. Ja, das wäre es denn für dieses Mal auch gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit meinem... Ich klicke mich einfach mal ein bisschen da durch und versuche, ein paar Sachen wiederzuerkennen. Vieles davon habe ich auch wirklich nicht genutzt. Ja, vielleicht habt ihr ein bisschen was mitgenommen. Ihr werdet es wahrscheinlich niemals verwenden wollen. Von daher ist es eigentlich eine halbwegs sinnlose Übung. Das Ganze ist natürlich retro. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht es nach, wenn ihr wirklich Lust darauf habt. Es ist ein freies Betriebssystem. Ihr kriegt die Sachen noch runtergeladen. Ihr könnt das installieren in der virtuellen Maschine. Oder lasst es halt auch bleiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017